Musik Boah, irgendwie, ich hab gehört, hier wäre ne Beachparty. Hier ist aber nix los. Ist das wirklich richtig? Ja, hast du recht. Irgendwie ist das komisch. Ich mein, das Bier schmeckt, aber irgendwas fehlt doch. Aber wir sind hier doch in Warbein oder haben wir uns irgendwie vertan? Ja, stimmt. Warbein? Wir sind in Warbein, aber wie gesagt, irgendwas fehlt. Aber Freunde, ihr seid doch komplett falsch hier. Die Beachparty ist doch erst am 4.10. in Warbein am Hermesplatz. Wow, stimmt. Verdammt. Ja, dann zum Wohl. Bis zum 4.10. Ja, dann zum Wohl. Bis zum 4.10. in Warbein am Hermesplatz.